Hier kommen Raketen Jetzt bleibt der da stehen oder was So, Scare ist tot Er hat bestimmt einen harten Kampf geliefert Von der Lobby aus Hier rechts ist der Zeiss Ja, die kommen jetzt Über rechts rüber, genau Hier Zeiss, Konsorten Die Crab ist da Ich weiß nicht, aber Die Crab ist da Nee, die Crab ist genauso fantasielos wie ich Kommen wir wieder Er geht direkt wieder weg Oh, der Panda kommt gucken Aufs Bein aufs Bein, eins ist schon angerannt Ja, Strik auf uns Ja, Strik auf uns, Achtung Ach, fuck it Locust, Charlie, Center Torso Und die Crab kriegt gerade ein böses Erwache Hahahaha Damit rechnest du nicht im Wasser mit dem Direwolf Hahahaha Wie kommt das denn zustande Geil Geil Denkst du, du angelst dir jetzt den Nagelchita raus? Na ja Und Nagelchita Die kommen von oben Hinten Ohohohohoho Wer hängt mir denn den Nitten wieder an einem Rücken Alter. Box, droh ist Waffen los. Wuh. Da kommt kleiner Pantan. Emil kommt um die Ecke, jetzt seht die offen. Emil down. Next. Rechts kommen sie jetzt. Stich, stich, stich. Doha kommt um die Ecke. Die gehen Richtung Wasser gerade. Ja, Doha ist unterwegs in das Wasser. Okay, der zieht, ziehen wir ein bisschen links rum, wer beim Tunnel ist, geht durch den Tunnel. Unser Ziel ist H7, wir nehmen mit, was wir unterwegs kriegen können. Lieder, Panther, sie greifen unseren, unseren, links daran. Sie pushen auf unseren Dyer, okay. Der kann, geht helfen. Ich bin da, aber... Ist irgendwas noch unterwegs? Ich will nicht mehr helfen, viel können. Hicks. Ich komm, ich komm. Oh crap, Beine, geil. Delta. Die haben mich erschossen. Milo. To go down. Werter. Ich hab gar nicht so schlecht aus. Werter down. Gut. So, alles was schnell ist, after the base. Der ist hier bei einem Grasabar drin, der läuft ja Wege, der wüsste bekloppt. Jetzt versteckt er sich auch noch hinter der Mad Cat, obwohl er noch nicht mehr gefecht ist. Geil, hat er noch Panzerung? Der ist frisch. Marl, wenn du rechtsbrechst, der rinne... Er guckt nicht mal zum Gegner. Marlabon, wach auf! Ich bin da und schon wieder, ich bin wieder abgeschlossen zu spielen. Marl, Marlabon, Marlabon, Marlabon DC, he ist walking in a straight line. Ich binです. heures reichen Kjetang sind. Ging da und экономisch sind. Und was erwische ich den Arm? Wie ich das hasse Ein Königreich von der LBX Batsch, der hat gerade geknallt hier Los Peinchen, Peinchen, Peinchen Da ist jetzt Peinchen gleich weg Genug gezappelt, das blöde Viech Und das Glück habe ich aber immer, das schöne Duo Go Seiber und dann erwischt es nur ein Arm oder so und der scheint verpufft quasi Ich habe mich echt mit jedem angelegt in dem Schallspiel, oh Mann Zwölf es ist? Ja, Mann Das gibt ordentlich coole Oder alle haben auf mich geschossen, wie auch immer